Sehr viel Schaden einfach mal durchbringen und auch natürlich die ganzen Leute einfach mal wegschocken vom Punkt. Also wirklich da den Raum schocken und wenn er vielleicht am Headshot landet, kann er direkt die Mercy Reißen. Genau das tut er. Die Graviton Surge trifft auch und da kommen die Raketen reingeregt. Diese Wombo-Kombo, Timmy 2K. Dann nochmal agressiv reinzugehen und der Double-Kill, Abstructo. Nanobus gegen Nanobus und The Prime ist geht hier als Sieger raus. Ist immer noch verstärkt und schießt einfach nur was das Zeug hält. Was die Probleme macht, aber Hero Way in der Wege. Und du kommst ein schöner Shatter. Kann ihn direkt aufhalten, kann auch direkt mämisch in den Raub heraus sein. Die Supports sind da. Offensiv rein. Oh, der Shatter, der saß brutal von 17. Und da ist hier die Glöpnis selbst. Das ist die Combo. Oh, der ist noch gut. Kann aber gerade noch. Oh mein Gott. Das war so schön von Kampf ab. Er holt sogar echt noch. Was zum Dolphel. Raven, oh bitte.